Ihr gute Piepels hier du, also hier, wenn du hier alleine rumhängst, da kommen dir Fragen der Menschheit hier. Sache, die jeder hat, aber keiner weiß, oder was hier. Also hier, heute Moin hier hab ich hier ein bisschen rumgemacht an der Nase hier. Hab ich gedacht, ach hier, was hängt denn da wieder drin? So, was war's, ein Klumpe hier. Also, jetzt ist meine Frage hier, und ich weiß es nicht, wie kannst du und ich komm mit da mal reinschreiben. Wie kommt ein Popel in die Nase? Raus kommt der, aber wie kommt der rein? Das ist eine Frage hier, die beschäftigt mich, seit heute Morgen jeder. Also hier, ich hab keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wo das Zeug herkommt. Wie kommt der Popel in die Nase? Hier, ich schreib das mal da unten hin. Kannst du mal machen hier, Hashtag Popel. Hier, und dann, ja, vielleicht können wir das Ding aufklären hier. Dann wissen wir wenigstens, wie kommt der Popel in die Nase? Jetzt, sind wir schon im Winter mal ein Stückchen weiter in der Menschheit hier. Dann können wir denen da auf dem Mars bald mal was erzählen hier, oder? Hier, also hier, bis da, mach's gut. Daumen hoch, wenn du Bock hast. Oder hier, kostenloses Abo. Kommt keine Zeitung. Und nichts hier, bis hier. YouTube Abo. Keine Kohle. Kein Problem. Ciao.